Wow, wo, wow, wow, jo, das leckt ein bisschen, aber ich bin weiter, jawohl, ja, 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 felk. Ich bin richtig hart runter, äh, gedri... Loll, ähm, ja. Na, ich bin auch runter, scheiße. Jo, Leute und herzlich willkommen zur dritten Bizepsrunde. Heute mit dabei FIFA. Moin! Okay, ich erkläre das Ganze nochmal hier wie jedes Mal zu Beginn. Bizeps-Runde, ich lade einen Gast ein und der wird dann halt in irgendwelchen Sachen gegen mich antreten. Ist egal, ob Survival Games, One in the Chamber, wie in der letzten Aufnahme, wenn man Kills hat und so. Und ja, heute sind es halt diese Minecraft-Party-Games. Das hat sich aber FIFA ausgesucht. Er erklärt das Ganze jetzt nochmal, was er sich so ausgedacht hat. Und zwar sind wir jetzt im Minecraft-Party.com-Server und es gibt jetzt hier halt 15 Minigames und in den 15 Minigames müssen wir halt gegeneinander antreten. Hier ist jetzt zum Beispiel das erste Minigame, wir erklären halt jedes. Und zwar lautet das Minigame so, wir haben zuerst grüne Farben und wenn die gelben Farben auftreten, dann müssen wir sofort stehen bleiben. Wie in dem Fall jetzt. Und wer nicht stehen bleibt, wird halt wieder zurückgepackt und wer halt erst am Ziel da vorne ist, hat halt gewonnen. Ich werde einfach die ganze Zeit... Ja, du musst halt bei gelb stehen bleiben. Nein, verd... Oh, du hast es geschafft. Und es ist halt enorm schwierig und es gibt halt, wie man oben rechts sehen kann, 15 Minispiele und wer halt von den 15... Oh, ich hab's wieder geschafft. Ich auch, nice. Okay, gut, weiter. Wer halt von den 15... Oh mein Gott. Ja, ich hab's wieder geschafft. Verdammt. Der hat halt gewonnen und so funktioniert es. Nein! 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 Yes, geschafft. Okay, komm. Junge, ich war so knapp. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter. Und stehen bleiben. Boah, das war jetzt lange. Ja! Ich hab's geschafft, komm. Bitte, bitte, bitte. Da ist gleich einer am Ziel. Oh mein Gott, pervers, übelst geschafft. Jawohl, fünfter Platz. Zehnter, fuck. Zehnter, okay. Okay, hast du erst das Erste gewonnen. Du hast zum Beispiel die Runde gewonnen, also man muss nicht Erster sein. Hauptsache, einer von uns ist Erster. Und jetzt kommen wir zum zweiten Minispiel. Wir kriegen jetzt gleich eine Farbe und auf der Farbe müssen wir dann halt auf den jeweiligen Block. Jetzt ist es orange. Ja, am Anfang hat man ja mehr Zeit und ja, dann mit der Zeit wird das immer weniger, glaube ich, ne? Genau, dann wird es immer schneller, sieht man an der XP-Leiste. Und das ist auf jeden Fall ein richtig geiler Server. Es macht richtig Spaß, einen zu battlen. Oh, 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 oh. Alter. Oh, das war schon knapp jetzt bei mir. Ja. Boah. Äh, Orange. Ja, aber direkt neben mir. Das macht richtig fun. Ah, du bist da hinten. Nein. Okay. Rot. Oh, auch geschafft. Jawohl. Alter, am Ende wird's richtig schnell. Ich hab das schon einmal gewonnen. Das ist so verdammt schnell. Oh, oh. Es wird jetzt schon schnell. Scheiße. Oh, oh. Schwarz. Okay, geschafft. Boah. Okay, okay. Äh, Weiß, Weiß, Weiß. Geschafft, 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 geschafft. Oh, grad noch so, grad noch. Ich hab dich gesehen, ich hab dich gesehen, Mann. Alter, im Sprung, im Sprung. Ich hab dich gesehen. Grün, grün. Nein, das hab ich nicht. Nein, nein. Jawohl. Nein. Grün. Nein, das hab ich nicht. Nein, nein. Jawohl. Oh, oh. Ich hab gekackt. Nein, schade. Bei mir geht's noch weiter. Ich hab auf jeden Fall schon mal, ähm, bei unserer Debeats-Runde gewonnen. Dritter Platz, nice. Bizeps-Runde. Und ich hab schon... Ja, genau. Bizeps-Runde. Und ich hab schon zwei. Okay, da war ich grad eben beim Test besser als du. Genau, wir haben die schon mal getestet. Okay, wir müssen jetzt einfach über ein Minenfeld und wir dürfen nicht die Druckplatten berühren. Oh. Alter. Weiter. Nein! Staben? Ja. Jawohl, komm, 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 komm. Oh, schon zweites Mal. Ich war so schlecht in der Runde. In der letzten Runde war ich so übelst. Nein! Ich hab's verfehlt. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm, komm. Weiter geht's. Wie viel da warst du? Achtzehnter. Zweiter. Fuck. 3-0. Mann. Okay, hier geht es darum... Ey, ich darf jetzt nicht verknacken. Es gibt 15 Spiele, ne? Ja. Scheiße. Die habe ich schon gewonnen. Oh, 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 oh. Ich schlage mich selbst. Ähm. Man darf nur nicht die lilanen Tiere töten, sonst hat man halt 50% an den Punkten wieder verloren. Aber sonst ist halt alles gleich. Weil ich wer halt am meisten Punkte hat. Und ey, der klaut mir ja alle Hühner. Mann. Minus 50 Points. Das will ich jetzt eher nicht schlagen. Jawohl. Boah, ich glaube, jetzt bin ich ganz gut in der Runde hier. Ich habe relativ viele Kills. Okay. Ähm. Also ich habe das jetzt auch erst einmal gespielt. Also wir sind jetzt ungefähr gleich gut oder haben gleiche Chancen. Also nicht, dass ihr jetzt in die Kommentare schreibt, ey, FIFA hat das schon viel länger gespielt. Also ich kenne das auch erst. Ja, wenn ich verliere, dann liegt es da. Oh, jawohl, eine Kuh gekillt. Eine Kuh. Oh, das sieht schlecht für dich aus. Äh, warum? Ich habe schon 19 Punkte, Junge. Wie viel da bist du? Ich habe 19 Punkte. Ja. Wie viel da bin ich? Ich habe gar nicht geguckt. Warte. Da steht noch. Zweiter, Zweiter war ich. Zweiter. Okay. Jawohl. Alles klar. Okay. Du darfst ein Kreuz aufschreiben. Ähm. Das ist jetzt einfach spleef. Ja. Oh, oh, oh. Scheiße. Komm. Es geht einfach nur darum, wer zuletzt überlebt, ne? Nicht, wer am meisten Leute killt oder so, oder? Ja, genau. Also, wer halt einen höheren Platz hat. Oh, das war knapp jetzt. Oh, da kommt schon einer. Bist du unten? Nein, nein, nein. Ich lebe noch. Jawohl, ich habe einen ausgeschaltet. Komm schon. Nach hinten. Und? Nein, 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 nein. Oh, ganz knapp wieder. Oh. Wo bist du? Ich feite dich mal mit dir. Ja, ja, ja. Der Typ hat dich selber. Jawohl. Hä, wo bist du? Ich bin auf der... Hä, lol. Ich sehe... Ah, da hinten. Oh, scheiße. Da hinten. Ich will dich jetzt ausschalten. Ah, man kann auch die Teile werfen. Das wusste ich nicht. Oh. Ja, ja. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Ja, 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 ja. Nein, nein, nein. Alter. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm, 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 komm. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Alter, ich war fast rein. Ich war fast rein. Ja, ich... Oh, nein. Och, Mann. Da spring ich selbst rein. Jawohl. Scheiße. Ah, das war übelst. Das war ein richtig geiles Bett. Ja. Zwischenruf, weil ich spektate dich so lange nochmal. Ja. Oh, da läuft er, da läuft er, da läuft er. Komm schon, komm schon. Pass auf. Ich versuche den mit den Schneebeinen abzuwerfen. Oh, 4 zu 1, ne? Er steht 4 zu 1 momentan. Ein Drittel, ein Drittel wurde schon gespielt. Okay, nice gemacht. Aber es ist noch alles offen. Es kommen noch Minispiele, wo ich das überhaupt nicht abkann. Nein, ich bin gestorben. Okay. War aber eine gute Runde. Ja, auf jeden Fall. Wir schauen den anderen Spielern jetzt noch zu. Noch 5 Stück leben. Ja, die sind relativ verteilt. Das heißt, es kann noch ein bisschen dauern, aber... Ja, alter, wie das alles so aussieht. Aber es ist auf jeden Fall ein richtig geiles Server. Aber ich glaube, der eine oder andere müsste ihn auch schon kennen. Ja. Oder wir nächsten Mal was davon gehört haben oder so. Ja. Okay, 8er. Ist auch richtig gut gebaut. Dieser Bowser hier auf der Seite, der finde ich richtig geil. Okay. Okay, wieder Federinnen. Federinnen. Ne, da bin ich nicht so gut. Okay, F5, ne? Ja, hab ich gemacht, hab ich gemacht. Und... Los geht's, los geht's, los geht's, los geht's, los geht's. Fantastisch gedrückt halten. Oh, bei mir sieht's gut aus. Ja. Ich war schon mal schlechter. Ich bin, glaube ich, letzter bis jetzt, aber... Ja. Ich bin eigentlich relativ gut in die Runde. Ah, ne, ich bin doch nicht letzter. Das sah nur so aus. Ah, ne. Man darf doch nicht gedrückt halten, ne? Nein. Ne, weil das Pferd geht dann ja immer hoch. Also quasi wie ein Drift, so, ne? Ja, ja, ich bin knapp hinter dir. Ich bin knapp hinter dir. Ich bin knapp hinter dir. Nein. 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 Ja, 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 ja. Ich hab dich überholt. Ich hab dich überholt. Jawohl, jawohl. Scheiß Lava. Oh, da bist du wieder. Komm, komm, komm. Oh, scheiße. Nein, ich bin hier stecken geblieben. Wie das aussieht, meine Haare brennen. Nein. Bist du vor mir? Ja, ich glaub schon. Nein. Na, was mach ich? Nein. Überholen. Ich muss dich nur überholen, sobald einer ans Ziel kommt. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Auf dem Sprint geht mein Pferd nicht. Ach, das seh ich nicht. Ja, 11. Elfter Platz. Verdammt. Alter, ich bin an der einen Kurve hängen geblieben. Wie viel da bist du? Wie viel da bist du? 14. Jawohl, nice. Okay, jump, Mann. Darum muss man einfach versuchen, an das Ziel anzukommen. Wer hätte es gedacht? In Ordnung. Okay. Okay, okay, okay. Einfach geradeaus. Nein. Bist du runtergefallen? Ja. Jawohl. Ist noch alles offen. Nein, nein, nein. Alter, fuck, komm. Nein, ich bin auch unter. Jawohl. Jetzt. Okay, neunter. Zweiter, jawohl. Oh, nein. Ja. Scheiße, das zählt ja nach Dingen. Ja, ja. Nein, am weitesten insgesamt war. Okay, jetzt nochmal Pferderennen, aber diesmal auf dieser. Auf der Regenboule, äh, Regenboum, Boulevard Map von Mario Kart. Wie viel, ähm, Punkte hast du jetzt? Ich hab 4 zu 3. 4 zu 3, ja. Aber ich hab richtig aufgeholt jetzt gerade. Ja. Boah, meine Tastatur ist einfach übelst laut. Die Map konnte ich einfach mal gar nicht ab in Mario Kart. Ne, ich auch nicht. Ich bin da immer mal runtergeflogen. Ich, ich glaub, jeder, der Mario Kart von unseren Zuschauern spielt. Woah, 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 das leckt ein bisschen, aber, aber ich bin weiter. Jawohl. Ja, ja, ja. Alter, fuck. Ich bin richtig hart runter. Äh, gedrippelt. Lol. Ähm, ja. Na, ich bin auch runter. Scheiße. Alter, mein Kart ist einfach runtergeschubst worden. Okay. Da ist einer, der will in die andere Richtung. Okay, komm. Und da bist du. Ach, komm, da nicht vorbei. Ich bin schon das dritte Mal da runtergeflogen. Scheiße. Alter, die Kurven hasse ich so. Na, oh, verdammt. Okay, es leckt aber auch. Jetzt warst du es geschafft, ne? Ja, ich hab's geschafft. Die Kurven, die krieg ich eigentlich noch keinen, aber dann fliege ich bei dieser Kurve raus. Wo sind wir denn hier? 17. 13. Jawohl. 4, 4. Ich hab ausgeglichen, liebe Leute. Ich hab ausgeglichen. Also am Anfang sah das schlimmer aus. Das, ähm, Feuer, Wasser, Blitzspiel oder wie das in Sport so schön immer heißt. Ach ja, genau, genau. Okay. Da, da muss ich gewinnen. Oh, ja, ja, geschafft. Ja, ja. Und ich bin einfach mal übelst weit. Ich auch, ich auch. Aber nicht so weit wie du. Guck, 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 guck. Komm, da ist Reaktion gefragt. Ja, ja, geschafft. Ich bin fast schon am Ziel, Junge. Nein, nein, du hast dich vorher bewegt. Nein, ich bin am Anfang gekommen. Nein. Ich auch, auch. Sogar wenn man, sogar wenn man springt. Ja, ich weiß. Oh, meine Leertaste, die, die klemmt manchmal ein bisschen. Deswegen bin ich zweimal hochgesprungen. Ich bin nicht nach vorne gelaufen. Nein. Jawohl, jawohl, jawohl. Scheiße. Komm, komm, komm. Okay, los geht's. Wow, wie knapp. Lol. Du bist auch zurück, nice. Ja, weil meine, nein, meine scheiße Leertaste. Yes. Komm schon, komm schon, komm schon. Und weiter geht's. Ich war am Anfang so gut. Okay, nice. Ich hab, glaub ich, langsam einen Trick raus. Elfter. Und du? Dreizehnter. Yes. Längst mich doch. Es wird noch spannend, Leute. Okay. Es wird noch spannend. Hier muss man jetzt, ähm, ja, oder willst du erklären, mir egal. Ja, hier muss man einfach, äh, sich runtergraben und dann Diamanten und Emirates mit der Spitze Hacker bauen und wer am Ende die meisten hat, hat halt gewonnen. Oh. Oh, der Server erlackt. Alter, ich war direkt, der ist jetzt zurückgebackt. Nein. Ja, ich hab einen Emirate. Höh? Ey, ich kann mich nicht gar nicht bewegen. Ah, doch, jetzt. Jawohl. Äh, ja, Alter, ich geh so ab. Ich glaub, ich bin erster Platz diese Runde. So gut war ich noch nie. Oh. Oh. Oh, ich, ich glaub, ich hab alle gleich. Alter. Ich glaub, na, ich, ich werd erster. Ich werd erster. Alter, ich hab mich grad abge. Sag nicht, wie viel ich hab. Ja, ich kann ja links gucken. Oh, du bist erster. Du hast 26 Punkte. Jawohl. Ich bin fünfter. Nein. Fuck. Ich hatte 14 Punkte. Boah, diese Runde bist du echt abgegangen. Okay, jetzt nochmal dieses Minenspiel. Genau, okay. Es geht gleich los. Okay, okay, okay. Was? Okay. Oh, oh, oh. Ich muss durch. Ich muss durch. Ich muss durch. Hä? Ich bin gar nicht aufgesprungen. Bin zurückgebackt worden, Junge. Schon wieder. Nein, ich auch. Fuck, ich bin hinter dir. Verdammt, verdammt. Komm schon. Nein. Verdammt. Komm, komm, komm. Ja. Okay. 16. Du? Sechster. Was? Wieso war ich 16? Weil ich glaub, ich am Anfang nach vorne gekommen bin. Nice. Oh, schade. Gut. Okay. Ähm, okay, da geht's jetzt darum, dass man einfach, ähm, auf keinen Fall auf die roten beziehungsweise orangenen, ähm, Blöcke treten darf, weil die unter einem explodieren. Und das wär halt nicht so gut, ne? Ja, rot ist halt so höchste Stufe, beziehungsweise gefährlichste Stufe. Weiß ist die ungefährlichste. Da dauert es noch ein bisschen, bis dieser Block untereinander weggeht. Und jetzt geht's mir schon weiter. Alter, ich verstehe das gar nicht mehr. Nein. Ja, aber ich hab mein Ton einfach voll leise, deswegen... Oh, 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 oh. Nein. Alter. Nein. Alter, rote, bist du unten? Ja. Yes, 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 yes. Fuck, du ziehst dich einfach ab. Alter, komm, ich versuch erster zu werden. Nein, nein, wow, alter, what the fuck? Nein. Bist du tot? Zweiter, zweiter. Oh, ich war 13, Mann. Wie viele hast du? Wie viele Punkte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und du? Ich hab vier, scheiße. Ne, ich glaub, ich hab erst sieben, oder? Ich weiß es nicht. Ja, sieben, sieben. Okay, es geht nochmal um das Pferdespiel. Okay, ich bin erster. Ich noch nicht. Beziehungsweise jetzt, ja, doch, erster, aber ungefähr gleich mit dem 2. Das ist ein Rennen auf Augenhöhe bei uns. Aber es geht weiter. Ich bin erster, jawohl, ich bin erster, ich bin erster, ich bin erster. Jetzt steht es noch 7 zu 4. 7, doch. Ich hab 7 gewonnen. Und du 4. Och, ich fähr kack einfach immer an dieser Stelle, weil ich immer durch will, aber ich nicht treffe. Aber egal. Ich hab doch schon 8 gewonnen, ne? Weil es jetzt die 13 runter. Ja. Ah ne, oder hast du 5 gewonnen? Ich hab 4, glaub ich. Oder hab ich, ich weiß es nicht. Entweder ich 7 und du 4 oder du 5 und ich 7. Ja, das gibt gar keinen Sinn. Verdammt, aber du bist erster, ne? Scheiße. Ich bin dritter, dritter, ja. Okay, neunter, keine Chance. Okay, du darfst ja jetzt einen Punkt machen. 5 Punkte hab ich. Das ist jetzt die wievielte? Die 14, die vorletzte. Okay. Oh, kann ich, ich hab gar nicht mehr gewinnen, ne? Doch, du hast jetzt 5, äh. Nee. 5, ich hab 7. Du hast 7? Ja. Ach so, dann muss ich jetzt halt also gewinnen. Ja. Komm, 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 komm. Komm, komm. Jawohl. Jetzt muss ich mich anstrengen. Nice, die Kuh hab ich bekommen. Sehr schön, sehr schön. What the fuck, bei mir spawnt einfach gar nichts. Alter, ich hätte fast die 50% Kuh bekommen. Alter. Äh, 50% Kuh. Das 50% Kuh. Scheiße. Die hat nur 50% Kuh bekommen. Okay. Oh, oh. Alter, ich weiß echt nicht, was du grad hier machst. Aber ich glaub, du verlierst. Äh, du gewinnst. Oder? Das kann sein. Und, noch ein K. Und wie wieder? Zehnter. Zehnter. Unentschieden. Was? Wie geht denn das? Beides Zehnter? Nochmal das Jump'n'Run. Und das ist die letzte Runde. Wie geht ein Zehnter? Keine Ahnung. Vielleicht waren wir halt beide gleich. Ah, wir hatten halt beide gleich viele Punkte. So ist es. Du hast nicht in der letzten Sekunde noch irgendwas gekillt? Nee. Dann warst du das doch nicht vor mir. Ich meine, du hättest in der letzten Sekunde so noch was gekillt. Sonst hätte ich gewonnen. Alter, komm. Wow. Wow. Nein. Nein. Verdammt. Aber ich war weit vorne. Ich war richtig weit vorne. Ich war schon auf dem Eis. Komm, komm, komm. Warst du schon bei dem Eis grad eben? Ja, ja. Oder ich? Nein. Verdammt. Ich glaub schon. Alter, fuck. Ich flieg grad immer runter. Scheiße. Nein, ich bin wieder runter. Scheiße. Komm, 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 komm. Und. Jetzt sieht es bei mir gut aus. Jetzt, jetzt rush ich durch. Sehr schön, sehr schön. Jawohl. Und. Die letzten Meter. Komm. Und. Yes. Nein, vierter. Nein. Geil. Letzte. Ja, okay. Server ist restarting. Okay. Ich würde sagen, ich habe gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Glückwunsch, Glückwunsch. Ich weiß nicht, wie es bei deinen, äh, vorherigen Beats. Ähm, die erste habe ich verloren, die zweite habe ich gewonnen und jetzt wieder verloren. Oh, okay. Dann muss ich jetzt mal ehrlich gesagt ein bisschen besser anstrengen. Spaß. Also es war auf jeden Fall ein Ei. Ja, äh, danke, dass du als Gast dabei warst. Ja, auf jeden Fall. Habe ich gern gemacht. Danke auch nochmal. Kein Ding, kein Ding. Okay, das war's dann mit der dritten, äh, Runde, also mit der dritten Bizepsrunde bei mir. Ähm, ja, wie gesagt, das war's, äh, bewertet. Und, äh, kommentiert dieses Video fleißig, äh, für die nächsten Bizepsrunden. Und ja, hast du noch was zu sagen? Bis dann. Und ciao. Tschö. 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 Bis zum nächsten Mal.